Kreis X. Ich guck's mir noch an. Ich guck's mir an. Ich will von den Besten lernen. Machen wir Truppen an das? Ja, noch ein Trupp. Die richtigen Sachen im Leben. Ich hab gehört, am Wochenende hat er auch manchmal dann so ein Bundesligaspieler sauseln lassen für Affiliate. Ey, ich kann aktuell nicht. Affiliate steht vor. Ich muss ein Ziel erreichen. Affiliate fehlt mir noch. Sorry, Samstag ist Team Tag. Kann heute nicht. Hast du nächste Woche Zeit? Wir brauchen noch zwei Streams. Ja, das ist trocken. Das wäre doch auch mal was. So ein bisschen Fall Guys-Trupp-Showspiele im Trainingslager. So ein bisschen für den Teamzusammenhalt, oder? Bestimmt gemacht. Ich glaub nicht, wenn ich die Leistung sehe. Ich hab vor 1 ein bisschen gezockt. Perfekt, runtergefallen. Aber ich glaube ohne Regeln. Digga, diese Scheiß mit unser. Weil ich da damals gefahren bin teilweise. Digga, die Tür geht immer so minimal vor mir zu. Ja, ja. Das spiegelt so ein bisschen dein Leben, weißt du? Ja. Immer so minimal. Digga, kurz bevor es erfolgreich werden könnte, geht die Tür zu. Ja, ich liebe dich. Oh, nö. Komm, wir lass dribbelstark bleiben über die Außen. Ist da am besten über die Außen-Trippe? Ja, ja, über die Außen. Und wenn du kommst, dann so eine Drehung machen, ne? Wenn so Dinger kommen. Eine Drehung abbremsen und dann wird da... Ah, steht mit dem Team auch vorne dran. Ey! Stark. Hör doch auf, wir sind im Team du... Achso, hab ich vergessen, sorry. Also was bist denn du für ein Blödmann? Hab ich vergessen kurz. Wie blöd muss man sein? Hab ich doch kurz vergessen, sorry. Hast du immer gewusst, dass wir ein Blöd bist? Ja, ja. Ich geb dir noch Tipps, wenn du... Ja, aber WLAN-Probleme, das wird eh gleich wieder... Ja. Oh nein. Komm, pack mal. Will immer die Flipper-Kugel in die Mitte? Ja, muss ich an die Flipper-Kische. Okay. Und Streaming-Tage halt sieben. Und das musst du halt in einem Monat schaffen. Und ich hab halt angefangen, die ersten zwei. Ja. Und dann war aber der Monat vorbei wegen Sommerpause. Ah, okay. So, und jetzt musste ich mich ein bisschen ranhalten, weil wir auch im Tregislager waren. Deswegen muss ich die Dinger jetzt durchboxen. Oh ne, ich werd runtergehauen. Weiter, weiter, komm Jungs. Okay, ist aber auch krass, dass man so viele Tage eigentlich braucht. Nein, ich bin runtergefallen, nicht blöd, Mann. Jungs, es geht jetzt ein bisschen um was, ne? Ja, wir müssen uns jetzt... Ja. Ja, ich hab richtig verkackt, ne? Ja, gut. Ist der dumm, Alter. Warum springt der denn da rauf, Mann? Ja, wir packen's noch, komm. Junge! Ja, perfekt, ist alles zu. Alter, ich bin runtergekickt worden. Wer macht denn dazu, welcher Dummkopf? Digga, ich hasse diese Drecksdinger. Weiter, weiter, weiter. Wie packen ihr euch da durch? Einfach irgendwie rennen. Einfach brennen und... Ich komm da nicht durch. Ich fall schon wieder runter. Ich komm da nicht durch, Digga! Ich komm da nicht durch! Ich komm da nicht durch! Ich war auf Platz zwei! So, und jetzt auf die Flipper, Mannas. Ich geh den safe, oder sind die Flipper easy? Flipper, Flipper ist gut, wenn du hochkommst. Ja, ich muss Flipper, komm. Egal, das ist eine gute Punkte. Ich hab's nicht geschafft, scheiße. Ich häng am Flipper. Ich schmeiß so ein bisschen mitten, ist gut. Ja, ja, wir haben's. Digga, es ist bodenlos! Oh, Position vier ist in Ordnung. Ja, geht klar. Die Kognitatur ist durch die Dinger. Robert, bist du so ein bisschen der Stimmungsmacher im Team bei euch? Inwiefern wächst was für Stimmung? Positiv. Positiv. Lustig, immer ein guter Spruch auf der Rippe. Ja, aber da haben wir ein paar davon. Ja? Ja, unsere Afrikaner halt, ne? Lustig, sind die gut unterwegs? Ja, schon. Die haben halt eine ganz andere Mentalität als wir jetzt, ne? Ja, das stimmt halt. Und wir brauchen hier jetzt gute Mentalität, weil wir dürfen hier nicht runterfallen. Wenn einer runterfällt, ist es vorbei. Dann ist er raus auch direkt, sag ich. Stimmt. Aber ich würde sagen, wir bleiben einfach zusammen. Ja, ja, ja. Guck, da hat die Maul steht eigentlich schon gut so, ne? Hier. Ich stehe eigentlich voll mit dir eine Kanone, Bro. Er ist so zwischendrin, so wo ich eigentlich stehe. Robert, hast du mich gerade angepackt, oder was? Ich wollte nicht, ich wollte... Ah, nee! Ich wollte dich zu mir ziehen. Ah, okay. Junge, die schmeißen. Die versuchen, mich da schon runterzuschmeißen. Digga, diese Medusa, wo kommt die her? Die Medusa nervt mich auch ab. Die ist jedes Mal hier drinnen in der Lobby. Wie packt die das denn? Ah, eine kleine Edberg erschießen sie. Das ist aber neu, dass da Früchte kommen, sonst kommt auch immer die Controller und die Sterne. Boah! Noch alle da? Ja. Ja, ja, ja. Wir müssen auch, ne? Ja, ja, wir müssen echt. Boah, warte, warte. Ah, das ist so dicker, ja. Hör doch auf zu spielen. Bradley, bitte hör auf, wenn ich irgendjemand anzulege. Bleib ganz entspannt. Wir kriegen es ab als Truppe. Der Klassische im Club, vier sind im Club, dreimal ganz entspannt und einer macht wieder Stress. Ey, ey, ey. Was immer erwartet, bis es vorbei ist mit dem Stress und dann kommt er, oh nein. Ja. Peste. Ich glaube, wir sind immer gut dabei, Jungs. Ja, ja, ja. Stabil bleiben. Hüfte locker, stabil bleiben. Und Bradley bildet sich in so eine Traube. Bauch anspannen. Ganz stabil bleiben. Arsch raus. 18 Sekunden noch. Oh, hier wird es gerade ganz wild. Es liegen auch viele raus jetzt. Ja, ja. Ich glaube, wir müssen aber durch sein, oder? Ja, wir sind safe durch. Einer nimmt den Freitod. Ja. Hab ich auch gesehen. Hat schöne Diver gemacht. Boah, hab ich einer gekriegt. Wichtig, Männer. Ganz stark. Pro Position eins. Jetzt kommt bestimmt so ein Teamspiel, ne? Oh, was Finale. Was Finale. Finale schon. Oh. Boah. Und diese Sprungprobe ist so ein Mist. Machen wir mit Stänkern oder ohne? Ich glaube, jetzt können wir ein bisschen Krawall machen, oder? Ja, müssen wir glaube ich auch. Da wird wichtig, wir müssen eigentlich so machen, wie das letzte Mal. Dass jeder eigentlich auf einer Position steht, wie Pichy, wo dann auf das letzte Ding gesprungen ist. Ich gehe Krawall machen. Machst du Krawall? Ich lauf mal da hinterher. Ja, da brauchst du gar nicht hinterherlaufen. Äh, Digga. Was ist? Das war schon eng. Da wackelt es schon, ne? Fuck. Wackelt es ja schon. Oh, ne. Was ist das denn? Oh, wir trennen uns. Fuck, fuck, fuck. Das kann so... Ja gut, ich bin hier drüben, Jungs. Ich kämpf. Das ist gut. Oh, das wird eklig, ne? Das kann ganz eklig werden, ne? Die Platte kann noch so... Junge, mich hält dir schon wieder einer fest. Bleibt entspannt. Bleibt locker in der Hüfte. Locker in der Hüfte. Und immer in Bewegung bleiben. Ja, okay. Wichtig, richtig. Immer in Bewegung bleiben. Jetzt wird es wichtig sein, dass unsere Platte bleibt, irgendwie, ne? Das wird je einen sein. Das ist schon mal gut. Ja. Oh, ne. Wahrscheinlich beide Gelbe dann, ne? Ja, ja. Wahrscheinlich. Ah, ne. Wobei, wahrscheinlich geht unsere Gelbe weg. Oh, nein. Blaus da. Boah, ist das jetzt eng, ne? Alter, fuck. Fuck. Das Gute ist, aber einer von uns ist drüben. Das ist das Gute. Oh. Und die meisten sind hier. Also, wenn wir alle rausfliegen, dann ist es okay. Junge, die halten mich so fest, die Schweine. Geht jetzt überhaupt noch eine Platte weg? Nee, ich glaube nicht mehr. Nee, nee, nee. Echt nicht? Es sind immer nur zwei. Also, immer die letzten zwei. Nein, ich bin raus. Scheiße, wurde festgehalten am Springen. Fuck. Oh, ich habe einen rausgehauen. Richtig, Jungs. Nein, ich bin raus. Oh mein Gott, ich bin raus. Oh mein Gott, ich bin raus. Du stehst allein. Bradley, du stehst allein, ne? Ich habe keinen Druck. Wir holen das Ding. Raus. Ja, ja, Bradley muss das jetzt. Eins gegen eins. Eins gegen eins. Fuck. Du holst das. Es kam gerade die Nachricht. Batterie ist fast leer. Ja. Du holst das, Meister. Ja, es reicht noch. Es reicht noch. Ja. 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 Stark, Junge. Richtig. Stark, Kösting. Sehr schön. Da steht sie, die Gang. Die Krone. Da sind sie doch. Sehr schön, Jungs. Ich bin stolz auf euch. Machen wir noch eine Runde. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.